mein gott warum sagt mir das keiner die technik frickel sind noch ein bisschen was zurecht während wir hier einfach schon hallo in die runde sagen vielen dank an christ vielen dank für den rage schön dass ihr da seid ein bisschen aufgeregt wir sind auf jeden fall alle ein bisschen aufgeregt weil wir haben doch schon länger nicht mehr gespringt wir wollen schon länger nicht unter leuten ja das auch sowohl das eine als auch das andere können die leute ja mal draußen sagen ob die uns überhaupt hören das wäre hervorragend sagt sagt uns doch mal ob wir uns ob wir uns gut seht ob wir irgendwas verändern so ein problem das ist doch toll das klingt hervorragend das klingt ganz hervorragend von mir aus könnt ihr euch uns auch nur sehen wir sind schön genug wollen wir jetzt ganz durcheinander reden oder wie war jetzt der plan drei vier muss man denken können dass man so durcheinander redet zum glück habt ihr gesagt dass ihr nervös seid wer ist nervös ich bin nicht nervös berlin ist sowieso niemals nervös ich kann gut so tun als wäre ich das nicht ja frag mich mal vor dem auftritt oder fragt christoph da wünscht sich jemand weltfrieden im chat ja den hätten wir auch total gerne und aber ich finde die einstellung nicht ich gucke die ganze zeit schon aber irgendwie ist die einstellung versteckt also in obs haben wir den weltfrieden leider noch nicht gefunden ja wir arbeiten gerade an einer alternative zum star trek universum ja vielleicht sollte man wirklich die welt mal neu starten hatten doch ein system also also ihr fragt euch wahrscheinlich da draußen warum wir hier zusammen gekommen sind und ja man kann es glaube ich ein bisschen schon sehen vor allen dingen weil tobias natürlich schon drunter geschrieben hat worum es gehen soll nämlich um den song release wir haben nämlich gebastelt gewerkelt gemeinsam gemacht wir hier die wir hier sind aber es waren noch ein paar menschen mehr beteiligt und das wollen wir ja ein bisschen zelebrieren denn uns ist im moment ja einfach eine schwierige sache und wir haben tatsächlich auch lange überlegt ob wir was machen was wir machen ob wir überhaupt was tun sollten ob es unsere aufgabe ist was zu machen und ja sind offensichtlich zu dem schluss gekommen dass wir was tun wollen aber vielleicht könnt ihr auch noch mal ein bisschen darauf eingehen wie wir überhaupt ja dahin gekommen sind dass wir das machen wollten warum warum war es uns wichtig dass wir jetzt gemeinsam etwas tun das ist unser job schlicht und einfach wie sind wir denn eigentlich darauf gekommen ich überlege gerade wie wir darauf gekommen sind ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern wir hatten wir hatten ja ein projekt am laufen zusammen deswegen waren wir ja quasi direkt verbunden nachdem das passiert ist und hatten eigentlich ich meine das war ein zwei tage später da haben wir telefonkonferenz gehabt wegen einem release was wir zusammen planen und zu ziemlich da sind wir dann darauf gekommen mit allen bands dass wir was machen wollen auch wenn es da aufgrund des schocks total schwer war zu sagen was wir machen aber irgendwie hatten wir großes bedürfnis in einer form tätig zu werden wahrscheinlich haben das aber auch viele gespürt also es gab ja doch sehr viele unglaublich viele spenden aufrufe überall und leute die sehr viel gespendet haben es gab leute aus dem bekanntenkreis bei uns die selber hilfsgüter gefahren haben also es war ja nicht das kollektiv ist ja auch auch tatsächlich mitglieder genau deswegen war glaube ich bei sehr vielen leuten auch einfach dieser diese motivation da was zu machen und deswegen auch bei uns das gefühl man tut irgendwas oder ja das ist eben diese diese ohnmacht die ein überkommt bei diesen ganzen weltnachrichten und irgendwas will man tun und dann fällt man eben in dieses diese dieses tiefe loch und irgendwie muss man sich da raushangeln und ja das beste naheliegendste für uns ist natürlich musik zu machen würde ich sagen und irgendwie darauf aufmerksam zu machen vor allem auf dieses projekt ist ja auch für musiker nicht unbedingt die richtige zeit um große mengen an geld spenden zu können also kann man ja eigentlich auch nur seine arbeitszeit in einer form unterstützend nutzen genau und seine vergangenen netzwerke irgendwie darauf aufmerksam machen genau am anfang gab es ja auch viele leute die sagt man kann doch jetzt irgendwie spaß machen oder sonst irgendwas wir müssen alle ganz ernst bleiben also jetzt nicht bei uns sondern wir sind ja immer die kasper sondern also generell im internet gab es so die eine und die andere fraktion und ich habe relativ schnell angefangen darauf auch zu antworten und mir dabei nicht nur freunde gemacht und das kenne ich ja aber ich bleibe dabei zwei jahre lang habt ihr da draußen uns am leben erhalten ihr habt uns geholfen und ihr habt uns immer wieder gesagt egal ob ihr uns geld gespendet habt oder uns süßigkeiten geschickt oder tiere gehäkelt habt ihr habt uns immer wieder gesagt ja ihr seid relevant ihr seid system relevant wir brauchen kunst ja und jetzt jetzt braucht ihr uns jetzt braucht ihr kunst ihr braucht ihr braucht ihr ablenkung spaß vielleicht auch eine andere sicht auf die dinge oder einfach das gefühl nicht allein zu sein mit dieser mit mit der angst mit mit dem mitleid mit dem entsetzen darüber was menschen einander antun können jemand das ist unser job jetzt sind wir gefordert jetzt müssen wir da sein und da jetzt ein rückzieher zu machen und zu sagen nein wir wollen wir wollen lieber ganz unsichtbar werden das fände ich irgendwie ich finde es tatsächlich super schwierig da irgendwie so einen zwischenweg zu finden ich habe tatsächlich als der krieg losging als russland angegriffen hat auf meinen privaten social media profilen auch eine ganze weile lang einfach nichts gepostet weil ich gedacht habe ich möchte gerne den wichtigen nachrichten irgendwie raum geben und habe in meinen stories nur dinge eben an info geteilt aber es gab einen sehr schönen post von krieg und freitag der der einfach gezeichnet hat also niemand ist moralisch dazu verpflichtet eine schlechte welt durch eben schlechte laune noch schlechter zu machen und dass das finde ich also es hat mich sehr sehr getroffen in im sinne von ja das stimmt schon also eigentlich muss man zum einen natürlich sich bewusst sein dass es uns immer noch sehr sehr gut geht und dass wir sehr privilegiert sind und dass wir diese privilegierte situation ausnutzen sollten indem wir sowas machen wie wir jetzt hier machen und indem wir ja zu spenden aufrufen aber eben trotzdem ja nicht nicht zu versacken nicht ins tiefe loch sich zu verkriechen weil dadurch ist niemandem geholfen und gerade was so social media angeht es ist ja auch je nachdem auf welchen profilen auf welchen welchen plattformen unterwegs ist es für viele jahr einfach eine auszeit und die die das gerade als als escape nutzen um halt mal rauszukommen um mal an was anderes zu denken und genau das ist musik ja eben auch und genau da ist es einfach wichtig ja mal was was zu machen und einfach ins tun zu kommen und wir haben selber auch wir haben spenden gesammelt wir haben Sachspenden gesammelt haben auch zu den leuten die sachen hingefahren haben vielleicht sollten wir das auch einfach mal benennen hält der arbeit war das die haben tatsächlich organisiert dass sie mit mehreren transportern direkt bis an die polnische grenze gefahren sind und dort sind die autos übernommen worden und sind in die ukraine reingefahren also wirklich sehr konkret geholfen und ich glaube wenn man wenn man irgendwas macht dann hat man eher das gefühl ja zumindest ein stück weit was bewegen zu können und selbst wenn man sehr viel macht hat man immer noch ganz das gefühl das gefühl dass man nichts bewegt aber es kommt an und das sieht man natürlich so einfach nicht aber etwas zu machen ist immer besser als gar nichts zu machen auch wenn das jetzt sehr platt klingt wenn es nur für einen selber besser ist aber wie du sagst man macht die welt dadurch ja ein bisschen besser wenn es einem selber besser geht es gibt doch diesen diesen schönen vergleich aber mit dem flugzeug wo immer an den bei der bei der einführung mit dem stewardessenballett gesagt wird hilf dir selbst dann hilft anderen setzt zuerst deine eigene sauerstoffmaske auf und dann setzt sie deinem kind auf oder jemand anders der die hilfe braucht ich glaube mit mit dem da drin ist es genauso wenn es uns selber nicht nicht wer sonst es aber wirklich scheiße geht dann können wir niemandem helfen und ich glaube nicht dass es irgendjemandem hilft wenn wir uns scheiße fühlen wir verlieren energie dadurch energie für die ganze welt vielleicht ist da ist ja auch irgendwas mit gut vibrations keine ahnung mit denen man die welt wirklich besser denken kann aber wenn wir hoffnung haben und wenn wir etwas haben wofür es sich auch zu hoffen oder vielleicht auch zu kämpfen lohnt dann ist das doch was gutes finde ich ebenfalls betretene stille du wolltest eine vorstellungsrunde machen ja ich habe gerade in den chat gefragt ob ihr da draußen überhaupt wisst wer hier überhaupt alles so umsitzt ich meine ja es steht unter den bildchen drunter und so aber vielleicht solltet ihr trotzdem wissen wer denn hier überhaupt ja mit euch gerade quatscht und ein bisschen sich über krieg und frieden und kunst und so weiter auslässt bevor es gleich ganz spannend wird und wir euch natürlich unser video und vor allen dingen den neuen song präsentieren wollen ich weiß gar nicht in welcher reihenfolge sind wir denn im stream ich bin ganz gut dann fange ich einfach an das ist ich weiß das macht man sonst nicht aber ich mache das jetzt einfach in der reihenfolge ich quatsche sowieso die ganze zeit also kann ich auch weiter quatschen ich bin klarer ich bin online unter ruffles and steam bin aber auch beim tentakel debacle das vorlein klar also beim podcast und im hintergrund vom musik kollektiv ganz viel aktiv und organisiere und tue und mache und gedönse und versuche den flohhaufen hier ein bisschen zusammen mit betonung auf versuchst wenn ich denn zeit und energie habe also womit wir wieder beim thema wären naja direkt daneben jetzt muss ich mal gucken in welche richtung muss ich glaube ich bin der zweite ja ja ich glaube daneben ist es ist so wir also ich bin tobias ich bin der sänger von der steampunk metal band aeronautiker und ja ich habe mich natürlich auch einem song beteiligt einem projekt weil ich das auch für sehr wichtig fand und auch das gefühl hatte irgendwas wird man ja dann doch machen und auch wenn es nur ein kleines projekt ist aber ja ich freue mich auf jeden fall auch sehr dass euch gleich zu präsentieren und gespannt was ihr darauf was ihr dazu sagt und wie es euch gefällt ob es euch gefällt und was ihr allgemein dazu zu sagen habt du musst jetzt sagen wir dann danach dran ist ja danach laut streaming ordnung wäre dann der mac rock dran ich bin ich bin so geblendet von einem special effekt das tut mir ja hallöchen ja ich bin mac rock the rhythm doc von steam folk band jessness und ja von dieser unmacht die ich gesprochen habe letztendlich hatten wir vor einer ganzen weile dieses tiefe loch mit big c und dann kam eigentlich das nächste große loch und irgendwie muss man sich ein bisschen raushangeln und ja und irgendwie versuchen zu helfen wenn man es kann und so war jedenfalls meine ansinnen und mit diesen wunderbaren leuchten 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 sie ja das geht ist das schon wesentlich einfacher das ganze zu ertragen ja das hätte ich nicht gedacht weil für linie war vor mir im chat ich hätte jetzt echt vermutet dass ich erst mal bei feline zuhören kann wie die sich das master meint ich kann dann von allen dass das das wissen aufsaugen und dann die perfekte vorstellung machen jeder genau weiß wer ich bin und nicht nur ich selber wobei ich das ja meistens auch nicht weiß ich bin michael dunkelfels und musiker bei drachenflug und musikproduzent und jetzt ist verliehene dran wie das war es schon also ich könnte jetzt hier noch ganz schöne sachen aber wenn ich jetzt so viel erzählen kann ich ja später gar nicht mehr meine emotionen preis legen dann ist das beste schon also meine persönliche natürlich das absolut wichtigste und dann ist ja die ganze die ganze spannungsbogen er kommt aus dem norden da ist nicht so viel emotionen wir müssen dich jetzt loben reisen ja weil mich hat den ganzen song gemacht überhaupt nicht wahr das ist erstunken und erlogen was habe ich nicht gekriegt stelle ich erstmal vor und dann reden wir über den songs genau ich bin ich bin für linie ist alles war alles außer dem cello cello kommt vielleicht später auch noch mit rein jedenfalls ja warum habe ich bitte gemacht bei dem projekt natürlich erstens mal weil ich wieso immer mitmache wenn jemand sagt sag mal kannst du ja und hinterher denke ich dann mal was habe ich mich da jetzt schon wieder darauf eingelassen und nein tue ich die jeweils nicht bei euch zweitens weil das steampunk musikkollektiv wie du es auch schon gesagt hast lieber hannes einfach erst mal auch ein großer halt war in den letzten zwei jahren und es auch immer noch ist und weil ja das kollektiv im hinterkopf hinterkopf zu haben zu wissen ihr seid alle da und jeder draußen seid da und das ist ein sehr sehr schönes warmes gefühl sprich mitzumachen war auch ein bisschen selbsttherapie auf jeden fall aber ja für mich war es tatsächlich ein komplett experiment weil somit pork habe ich überhaupt nichts am hut außer dass ich wenn ich genug im tee habe bei dem festival am lagerfeuer laut mit kröle und auf meiner ukele rumtrommeln ansonsten wie gesagt was für mich ein komplettes experiment deshalb habe ich mich diesmal auch zurückgehalten glaube ich jedenfalls und nur die backings beigesteuert aber ja verstanden und auch mich als arbeitsweise großen spaß gebracht und freue mich schon drauf wenn wir dann noch mehr joint ventures in zukunft machen mich ja und wir und überhaupt und kollektiv ja jetzt probiert er noch mit seinem special effekt weiter ja hashtag no filter ja auch so ein bisschen fies so dass du da immer auf deine ganze sonne im süden so hinweist ich habe mich ja schon extra mühe gegeben mich etwas sepia zu beleuchten hat aber auch nicht so ganz geklappt ich habe es ein bisschen überstrahlt aber wer er hat es gerade schon so ein bisschen gehört betin hat schon ein bisschen verraten in welche richtung der song denn eigentlich geht nämlich in die rungige richtung micha magst du mal erzählen wie wir an den song angegangen sind ja also tatsächlich fing das gar nicht mit mir an sondern mit natalie die einen ganz großartigen chorleiter hat der aus rumänien kommt und nachdem wir dann darüber gesprochen haben dass sie was machen wollen und dass es ein song werden sollte haben wir so ein bisschen weil wir gerade so in der findungsphase und in dem moment als ich meine hannes und ich haben glaube ich telefoniert und hannes meinte ja eigentlich bräuchte man ukrainischen volkssong in dem moment kam natalie zu türen hey wir haben ukrainischen volkssong chor gesungen unser chorleiter hat es auch drei sprachen gemacht und das ist auch richtig schwer und habe ich dann das auch gleich gegoogelt nachdem sie mir so einen riesengroßen katalog perfekt gesetzter noten um die ohren gehauen hat und dann bin ich hier bei einer version von laboratore priesny und irgendwie drei weiteren bands gelandet und gedacht ja das ist eigentlich eine geile grundmelodie und dann ist das problem gewesen dass das song halt derbe fröhlich ist und dann habe ich darauf irgendwie improvisiert und das war mittelklug und dann hatte ich einen bademantel an und es war morgens irgendwie ist dann so eine transkription entstanden wo irgendwie die töne alle so durcheinander gefallen sind das video haben wir doch bestimmt irgendwo da nicht wollte ich gerade sagen das war eigentlich geil das zu zeigen wenn er bock hat das stimmt doch ich setze mir so lange eine sonnenbrille auf damit ich mich nicht erkennen ich finde die ultra geil ja ich habe die ja ich habe die sogar noch hier ja ich habe die also wenn du lust hättest aber wenn nicht dann nicht wie mach mal abstimmen ob ihr das sehen wollt hier war aber bestimmt genau dafür müsste dann auf jeden fall wenn er ist das dein bildschirm teilen und das ist daran denken dass du den ton mitteils damit auch alle hören worum es geht nicht nur nun ja dass das häkchen mit setzt und wir müssen hoffen dass seine internet leitung ausreicht um das das ton signal ohne abzubrechen hoffen hoffen dich weil ich habe jetzt in der neuen wohnung 100 k das sollte hoffentlich reichen wo ist es jetzt mit dem freigeben ganz unten in grün sogar sogar bildschirm 1 ton freigeben und frei so jawohl ein gedanke für europaeinheit wohlstand und was gut war verfreundschaft und mit starken verletzt demokratie grundgesetz warum nimmst du uns die heimat warum alles was uns wohltat warum regierst du inhumann was haben wir dir je getan nach verstehen kommt dann begreifen wie konnte dieser plan nur reifen wir werden wir noch wieder sehen ich kann und will das nicht verstehen das war falsch das ist das schönste das schönste weggelassen ja ich glaube deine leitung reicht fürs video nicht aus handels nein leider nicht echt so eine besondere technik dass ich immer andere vokale mit dem mund mache als was ich wirklich singe das ist jahrelang geübt die nordische technik ja genau hier im Norden haben wir ja nicht so viele vokale weil die hier teuren ne wirklich gut zu wissen ja die drei ist ja weniger energie wird das moin deswegen so aneinander geschmiert weil das ist weniger was alle brauchen es reicht doch ein vokal vielleicht jetzt nicht alle geheimnisse hier aus dem Norden preis geben arbeiten können ja ich würde sagen einmal applaus für für also ich finde das super ich fand diese sehr inspirierend diese wo dass ich meinen bademantel anhatte ansonsten waren wir jetzt weg ansonsten wäre das wäre das der kanal gesperrt für die nächsten 30 tage sind wir nicht nur für erwachsene oder so ja twitch und amerika weißt du doch ja ja geht ja noch männerzitten das ist super wenn ich unsere eigenen commands nicht kann meine Güte genau aber ernsthaft ich meine das ist doch professionell er setzt sich da morgens in den bademantel und spielt den song runter bühnenreif ich finde das toll eben weil das ist auch so ein musikerphänomen oder so ein mythos dass man dass man sich immer so so irgendwie denkt eigentlich klappt es immer nicht so richtig mit dem song irgendwie passt noch nicht so richtig auf einmal steht man dann morgens auf in einer total anderen situation und denkt sich boah jetzt habe ich aber die idee und setzt sich dran und auf einmal läuft es auf einmal passt alles das ist so diese diese wunschvorstellung die man eigentlich bei jedem song hat der noch nicht ganz rund ist wo man sich denkt boah jetzt brauche ich meine inspiration schön dass das bei dem song so geklappt hat ja wobei ja wobei ich denke das ist ja glaube ich die die welt hat eigentlich immer genug ideen habe ich das gefühl es fehlt nur meistens an zeit sie umzusetzen ja auch glaube ich immer die sache ist man hat diesen song und den song zu schreiben hat dann also je nachdem wie umfangreich es hat dann halt auch entsprechend kurze zeit gedauert also bei mir ist es eigentlich selten länger als als zwei stunden oder so bis ich einen song fertig habe aber dann wenn die idee da ist dann das zu entwickeln bis zum schluss das sind ja mal eben 200 stunden so ne also das ist dann ja einfach das so eine relevanz also diese idee zu haben und zu wissen dass sie rauskommen und dann aber schluss das endergebnis mit tausend zwischen ideen und dann auch zu sagen das ist ja uns auch so ein bisschen passiert was ihr gerade gehört habt ist ja eigentlich sehr sehr wenig ähnlich zu dem endergebnis ich meine das ist ja so weiterentwickelt und man braucht dann in dieser produktion phase dann so viel naja mehr energie als was so diese dauer produktion im gehirn so durchmacht also ich hätte so ein output gerne im gehirn einfach wo ich das ja streicht das letzte und dann und dann kommt eben noch die schwierigkeit das erstmal in den pool zu werfen beim kollektiv und dann sind viele köpfe und viele leute die aus komplett unterschiedlichen richtungen kommen das ganze zunahme zu koordinieren und dann irgendwie offener halbwegs einig ein einige meinungen zu kommen ja aber was aber vielleicht mal so die ein jahr aber und ja was vorbereitet genau genau vielleicht sollten wir dazu auch noch einmal sagen dass das allein ja schon an den bands die jetzt gerade hier anwesend sind sehr unterschiedliche musikstile anwesend sind sagt doch noch mal einmal kurz euren musikstil wir haben das in der gleichen reihenfolge wie gerade eben tobias ja also wir nennen unseren musikstil dampf metal es ist aber eigentlich ja eine mischung aus steam metal und gossip also aber grundsätzlich die etwas härtere und die etwas düstere richtung also eigentlich das gegenteil von ja obwohl ja zumindest ein bisschen gossip mäßig ist es es gibt immer berührungspunkte es gibt berührungspunkte das war nicht nicht besonders kurz ich hätte gerne einen schlagwort gehabt dampf metal sehr schön mcdrock steampfork micha in die berlin darf kabaret immer schon es ist alles sehr sehr unterschiedlich und mitgemacht haben ja nicht nur die vier hübschen hier sondern noch noch mehr leute nämlich feld auf nebelheim war auch noch mit dabei eben auch folgig unterwegs sind also das alles unter einen hut zu bringen ist dann glaube ich eine herausforderung ich frage mal in in die zwei vor allen dingen für ihn und und tobias für euch war ja folk wahrscheinlich das am was am weitesten weg ist von dem was ihr sonst so macht schwierig gut interessant wie war das so damit zu arbeiten überraschend ich habe dann erstmal ich habe ich habe mir die noten genommen das erstmal auf dem klavier gespielt und schickt das so an micha micha schickt eine version zurück und sagt da ist ja gar kein klavier drauf ja da waren so viele töte drin ja so ist das eben wenn man mich an klavier setzt ich habe zehn finger und sie benutzt jeden davon ja und ich habe auch nur ellenbogen und nase man muss fairerweise ja auch sagen dass du ja dein part beigetragen hast während du nicht gesehen hast dass die grundidee gewusstet wurde und so warst du ja waren die ja auch in anderen in anderen warp geschwindigkeiten unterwegs quasi das ist das problem mit diesem hold my beer was ich vorhin wir hatten zu dritt gleichzeitig angefangen mit dem song und das ja das und dann dabei raus aber ich habe viel gelernt ja so gelernt würde ich sagen habe ich auch viel also ich glaube ich bin da auch so ein bisschen ein bisschen aus der härteren richtung rangegangen vielleicht ein bisschen zu viel kraft oder so vielleicht zu viel stimmen übereinander wie man das halt so in metal gerne mal macht und ja vielleicht war es nicht hundertprozentig passend aber man kann ja dann wenn man zu viel aufgenommen hat ist immer der vorteil man kann auch einfach Dinge wieder raus streichen und ja am ende passt natürlich dann auch wieder irgendwie aber wie ich gerade schon angedeutet habe es gibt ja durchaus auch im metal bereich dann auch den einen oder anderen ruhigeren song immer mal eine metal ballade das ist jetzt auch nichts völlig fremdes aber natürlich wieder dieser song an sich aufgebaut ist ist schon was anderes zu dem was wir sonst so machen ich finde es ja auch immer immer schwierig also ihr seht das ja so ein bisschen also Tobias und ich sitzen in einem zimmer und ich finde halt gerade so wenn man also man muss dazu wissen ich habe eigentlich mit musik außer singen nichts am gut aber singen tue ich gerne und viel und wenn man mich lässt dann steuere ich auch gerne was bei aber so dieses töne finden man muss ja erstmal wissen was man singen will das ist total schwierig wenn jemand anderes im raum ist das geht gar nicht das ist also finde ich nicht gut kann ich nicht gut finde ich ganz ganz fürchterlich und dann war ich ganz froh dass ich ein paar mal mit dem auto unterwegs war weil im auto hört einen keiner kann man immer schön schön einfach ausprobieren das glaubst du nur klar das glaubst du nur das ist egal die leute die leute die mich dann hören da bin ich ja dann schnell dran vorbei ich darf halt nur nicht an der ampel singen das ist dann und dann das fenster offen im sommer genau in der basswetter noch nicht so gut ich bin zur freundin rosa linde gefahren wir haben die die make-up fair vorbereitet also da waren auch also zu den uhrzeiten wo ich dann zurückgefahren bin auch nicht mehr so viele menschen draußen unterwegs also das das ging das war okay mich ja hatte ja einen guten guide vorbereitet wo man dann einfach drauf umprobieren konnte das fand ich ganz ganz angenehm macht dann auch mal ein bisschen versucht was anderes zu sagen was mir persönlich sehr schwer fällt aber ich glaube das funktioniert ein bisschen also ich finde deine stimme sehr gelungen es ist so schade dass man sich nicht in realität gesehen hat sondern also es wäre halt fallwitzig gewesen wäre also wenn es jetzt möglich gewesen wäre wenn man sich irgendwo getroffen hätte dann hätte man glaube ich das ganze sehr sehr schnell und nochmal mit mehr einflüssen von den verschiedenen bänden wäre es glaube ich auch so ein kreatives gesamt ding gewesen so war ja schon tatsächlich so ein bisschen projektmanagement dabei das stimmt und da hätte vor allem noch mein vorschlag mit der dynamik am ende noch mal ein bisschen anders geklappt geklappt ja genau das wäre also bei einigen aufnahmen war es so gewesen die waren alle alle gut es war jede aufnahme richtig klasse und ich konnte überall gut mit arbeiten aber es war dann halt so wo man denkt so ja wenn der jetzt schon gewusst hätte dass der das später so spielt dann hätte das so gemacht aufgewiesen hätte gesagt ja ja ganz genau so nur ein bisschen so und dann wäre da drin gewesen und dann so dann würde er stehen sag ich ne war schon viel schönes dabei es war eine interessante produktionsphase aber so muss man ja auch immer im hinterkopf haben dass das ding auch irgendwann fertig werden soll und man immer hin und her schicken muss und dann hat man ja auch nicht immer zeit noch was aufzunehmen manche leute müssen ja auch tatsächlich noch arbeiten gehen und dann ist das natürlich auch dann dauert das mal länger bis man da wieder zeit hat was aufzunehmen bis man es wieder rüber geschickt hat und ob es dann so ist wie es eigentlich sein sollte oder wie das dann gedacht wurde von der person die es angehört hat und das feedback gegeben hat das ist dann auch wieder die frage also das ist schon was anderes natürlich als wenn man das wenn man sich direkt in die augen gucken würde dabei aber spaß macht es trotzdem genauso dass jeder was dazu geschrieben hat und eine meinung sich gebildet und so das ist glaube ich in jedem jetzt also ganz egal ob man seine eigene band macht oder jetzt so super band mäßig mit vielen zusammen das ist glaube ich so die die grundherausforderung feedback zu geben was klar ist fair ja vor allem wir arbeiten ja eben noch nicht so oft oder überhaupt noch nicht so viel miteinander in die richtung dass da ein spezieller song draus wird und das haben auch also ja das hat eben schwierigkeiten in der kommunikation her und da denkt man immer da denkt man eben zu viel was der andere denken könnte von dem was du geschrieben hast und dann ja und dadurch wird es manchmal ein zäher brei und dann muss man erst mal sagen hey leute wir können ehrlich sein wir kennen hier ne und genau ja den status haben wir im kollektiv aber glücklicherweise mittlerweile dass wir alle ehrlich miteinander sein können das ist auch sehr schön da gibt es ganz andere verkrampfte online kollaborationen sag ich euch michael müssten wir das thema um die fans doch wieder wieder raus holen du fällst schon an sich auszuziehen nein nein das ist nur die temperatur gestiegen das ist deswegen ganz nicht dass hier ein tobi ist das bin ich nicht gewohnt meine netze euch das eigenen an das gehirn zu erhitzen das liegt an der weiterleitung der reflektion von seiner glatt wie schaut es eigentlich aus wollen wir eigentlich mal jetzt aufhören zu quatschen und mal den song zeigen oder sieht das aus oder wollen wir erstmal noch eine halbe stunde weiter quatschen also ich weiß nicht wir fragen mal den chat wollt wollt ihr das hören wollt ihr hören was wir hier gemeinsam fabriziert haben ja nein vielleicht zwischen ab umfrage stoppen mach doch mal ich habe das lange nicht mehr gemacht wir können nicht leider wir können nicht das kann unser channel noch nicht positive meinungen dazu ich will vielleicht bevor wir reinhören noch noch eine kleine sache sagen weil zur auch bei mir gerade bei der songarbeit wie das ganze gelaufen ist ist wir haben ja schon gemeinsam in liga gemacht also zum beispiel hier den nautilus aber da muss man immer dran denken das haben wir ja quasi nur ein nur einen neuen text gemacht und der rest des songs ist relativ ähnlich zu dem was was ist eben in der form des weller mensch schon gab ja nach draußen gekommen also war noch nicht so viel dabei das jetzt ist tatsächlich der erste song den wir eigentlich ja ziemlich von grund auf neu gebastelt haben ihr habt es eben schon mal gehört es gab es war eine inspiration das ist auf der grundlage eines ukrainischen volksliedes wer kann den namen des volksliedes aussprechen ich kann es nicht ich kann nur das kurze würde ich sagen pitten mal nuller ich hab tonprobleme tonprobleme und ja auch mal so ein link zu so einer ganz ganz klassischen originalversion mal in twitter ja die schlager version bitte es gibt aber so eine schöne von so einer von so ein paar alten ukrainischen männern glaube ich das kann sein darf ich ein link hier reinhauen kann ich gar nicht lass mich an das reichen wir das reichen wir auf jeden fall nach aber ich sehe schon schon einige einige jahres und musik bitte und hören also ich glaube wir sollten da mal rein schauen das heißt wir müssen ja einmal alles alles vorbereiten hier ich muss ja aber muss ja auch dazu sagen ich finde man kann noch die originalmelodie raushören auf jeden fall würde ich sagen wenn man es weiß vor allem also ich habe die herausforderung jetzt geht es schon los nein 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 du darfst gerne noch was sagen was ich noch auswählen wollte ist glaube ich dass das das ja auch quasi das erste war was jetzt nicht als joke und lustig war so und was nicht nur zusammen zusammenspiel zeigen sollte und was auch eigentlich uns allen irgendwie emotional wichtig war und ich glaube deswegen hat es auch noch so eine so mehr diskussions wege gebraucht mehr ideen sammlungen als als die vorigen projekte guck mal zur technik bist du bereit ja wir können das versuchen ich würde dann einmal den discord stumm schalten du meinst den zoom aber den zoom discord und ich würde dann einfach mal bis 13 dann geht es los ein ein gedanke für europa einheit wohlstand und 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 das und Untertitelung des ZDF, 2020 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 uns zu unterstützen. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Hört bloß nicht auf damit. Aber, 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 vergesst bitte trotzdem nicht, uns, wenn ihr Spotify hört, auf irgendwelche Playlists draufzulegen, weil wir wollen natürlich trotzdem, dass der Song bekannt wird. Das wird er nämlich bei Bandcamp nicht. Also bitte denkt dran, uns trotzdem auch zu streamen nebenbei, falls ihr den Song mögt. Und auf eure Playlisten zu packen, ja. Playlisten sind immer super, aber ich hab da direkt noch eine Frage an Felin. Wann ist denn der nächste Bandcamp Friday? Das ist immer der erste Freitag im Monat. Sprich, er ist im Mai. Dauert also noch ein bisschen. Aber, aber, der Unterschied beträgt, glaube ich, derzeit sieben Prozent, ohne lügen zu müssen. Es ist also nicht so wahnsinnig viel. Und, ja, wir werden sehen, was passiert, jetzt wo Bandcamp offiziell eine Spielplattform gehört, die aber mit ihren Programmierern dem Hörensagen nachvoll auch recht fair umgeht. Also hoffen wir mal alle, dass Bandcamp noch größer wird und in Zukunft so sehr zum Standard, wie das heute Spotify und Apple sind. Denn bis jetzt sind die Bandcamp-Guys ziemlich die Good Guys. Nur so als nebenbei, welche Spieleplattform hat Bandcamp? Epic Games. Ja, genau. Dann würde ich doch vorschlagen, Feline, magst du mit uns feierlich den Song auf Bandcamp freischalten? Das mag ich sehr sogar. Ich muss es noch hinkriegen, den Bildschirm zu teilen. Das kriegen wir bestimmt hin. Das schaffst du. Mal sehen, was ihr jetzt feierlich ist, wenn ich auch freigeben klicke. Du schaffst es, du schaffst es. Die Spannung steigt. Erstmal seht ihr euch selber, weil ich habe natürlich das Twitch-Fenster noch offen hier. Ich will mich nicht selber sehen. Ah, das ist nicht so. Zeit versetzt. Ich versuch's. Jetzt muss ich unter den ganzen Fenstern erstmal das richtige Fenster finden. So, hier sind wir. Tada. Sieht dazu doch ziemlich langweilig aus, aber nicht mehr lange. Ein Gedanke für Europa heißt der Song, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und dann werde ich jetzt mal feierlich um einen Trommelwirbel bitten. Moment, was ist das? Da ist er, der Song. So sieht's dann in hübsch aus, also für euch. Und diesen Link schicke ich euch natürlich auch gleich in den Chat, damit ihr direkt... Hab ich schon. Du warst mal wieder schneller, als die Polizei erlaubt. Das brauche ich jetzt aufs Bandcamp. Eben das. Tada. Ah, da ist er. Da ist er gleich. Für euch. Frisch. Das Video kriegt ihr natürlich auch auf YouTube zu sehen. Das werden wir gleich auch noch schön freigleiten, damit ihr es auch da nochmal nachschauen könnt. Im Anschluss, wenn wir hier zu Ende gequatscht haben, wenn uns nichts mehr einfällt. Oh, das war vielleicht... Uns fällt sehr lange was ein, das ist das vielleicht... Wir werden den Song hier auch nochmal spielen. Also ihr kriegt es auch hier nochmal zu sehen. Und wir posten es natürlich auch über alle unsere Kanäle, über alle SMK-Kanäle, also über das Kiefer-Musik-Kollektiv noch einmal, damit ihr es auch da nochmal zu sehen kriegt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch an der Spendenaktion beteiligen könnt. Aber auch, wenn ihr keine finanziellen Mittel habt, dann hört den Song, teilt den Song weiter, teilt vor allen Dingen das Video weiter, denn da wird ja auch eben zum Spenden aufgerufen. Das heißt, teilt es gerne einfach, damit halt andere, die vielleicht spenden können, das auch sehen, weil je mehr Leute es sehen, desto größer sind die Chancen, dass gespendet wird. Und auch wenn... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist im Moment schon so ein bisschen wieder abgeätzt, die ganze Spendenbereitschaft. Deswegen... Es ist immer noch sehr, sehr notwendig. Bitte, 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 hört nicht auf, das zu machen, wenn ihr es denn könnt. Ja, jetzt habt ihr noch den passenden Soundtrack dazu. Und vielleicht wollen wir noch ein bisschen über den Text reden, weil der ist ja nicht ganz unwichtig, ne? Micha, wie ist der Text entstanden? Wie ist der Text entstanden? Also eigentlich, tatsächlich ist er dadurch entstanden, dass ich überlegt habe, wie geht es den Leuten in der Ukraine und warum geht es mir so anders, als wenn der Krieg irgendwo anders gewesen wäre. und da habe ich dann eigentlich ein bisschen auf mein Leben geschaut und gedacht, warum mich das so triggert. Und das war tatsächlich, weil es tatsächlich Europa ist, weil unter Europa habe ich mir immer sehr, sehr viel vorgestellt. Dieser europäische Gedanke, dass so ein Völkerbund, der zusammenhält und ähnliche Werte hat und sich gegenseitig hilft, das fand ich immer toll. So, jetzt egal, wie es jetzt wirklich ist und was mit Realität ist, aber so hat es sich für mich angefühlt und jetzt Europa anzugreifen, das war, das ging mir sehr ans Herz so und so war mir irgendwie ganz klar, dass es irgendwie so ist, wir sind angegriffen worden, so fühlte sich das an so, obwohl ich natürlich überhaupt nicht behaupten könnte, ich hätte so eine Krise in der Größe schon mal erlebt, wie es sein muss, wenn die eigene Stadt bombardiert wird. Da habe ich das Glück, dass es mir noch nicht passieren konnte, aber diese Gruseligkeit, so, die hat sich übertragen, deswegen musste, ist es auch das erste, der erste Textzeile geworden, ein Gedanke für Europa, was mir dabei noch nicht bewusst war. Hannes hat es dann ja eher so zum Titel gemacht, dadurch, dass er einfach gesagt hat, ja nee, das ist ja Wiedererkennungswert und dann habe ich eigentlich, also er hat durch diese Krise angefangen, mich über die Ukraine zu informieren, also weil vorher wusste ich so, ja, das ist da unten um die Ecke und da leben Leute und das war eigentlich schon alles, was ich wusste und so habe ich mich da reingelesen, habe dann festgestellt, okay, die haben ein Grundgesetz, so, okay, ah, der Staat ist gar nicht so alt und dann guckt man sich ja so Dokumentationen an und dann wird einem das so bewusst und dann habe ich natürlich überlegt, was könnte, wie könnte es den Leuten gehen, wenn so etwas so plötzlich passiert und habe tatsächlich auch ein wenig mit meiner Oma gesprochen, die als Flüchtling hier in Deutschland angekommen ist, tatsächlich auch über ganz viele Umwege haben ihre Vorfahren mal irgendwann in Odessa gewohnt und so habe ich dann so ein bisschen, ja, versucht, diesen, diesen Zeitgeist und diesen Schock in Worte zu fassen, so, das war so ein bisschen die Grundidee und ja, das war eigentlich auch die ganze Geschichte. Keline guckt doch ganz, ganz dröppelt, möchtest du was dazu sagen? Betreten, ja, ja, was, nein, weil ich, äh, ja, dass mir die Worte fehlen, ist eher selten, ich gebe es zu. Ja, ja, du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, wir hatten irgendwie alle das Gefühl, wir müssen irgendwas tun. Also, klar, die meisten haben selber schon was gespendet in den ersten Tagen oder, ähm, wie du es auch gesagt hast, anderweitig geholfen, in kleinen oder in großen Teil. Aber, ja, dieses Gefühl, nicht wirklich was tun zu können, aber endlich ist, sich verpflichtet zu fühlen, so als, als freier Mensch, als privilegierter Mensch, als, äh, ja, auch jemand, der auch wenn auch so kleine öffentliche Stimme hat, das ist, ach, ja, ich bin sehr froh, Micha, dass du mit dem Text so schnell um die Ecke gekommen bist, weil ich finde ihn wirklich sehr, sehr passend. Danke. Ich finde auch, das ist, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich fand es bewundernswert, so schnell, also, ihr habt es ja nicht mitbekommen, wie lange wir jetzt an dem Song gearbeitet haben, aber der Text stand sehr, 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 sehr schnell und ich dachte, aus welchem, aus welchem Ärmel hat er den denn jetzt geschüttelt? und das war so, ich kenne das nur, dass man sehr lange an Texten eben feilt und dass man eben guckt, wie es passt, aber da war eigentlich, ich glaube, wir haben über ein oder zwei Wörter, haben wir nochmal diskutiert, das war es aber dann auch, also, es war, finde ich, höchst faszinierend, dass das, dass das direkt so, so rausgekommen ist und, wir damit arbeiten konnten, weil das hat natürlich auch das ganze, das ganze Projekt unfassbar erleichtert, wenn man dann erstmal weiß, worum, worum soll es denn eigentlich gehen, weil, wenn man sagt, ja, wir wollen was tun, wir sind Musiker, also machen wir Musik, das ist ja erstmal ein sehr breites Feld und alleine dann, ihr habt es eben schon gehört, wie unterschiedlich die Musikstile hier sind, da überhaupt was zu finden, was man machen kann und wir hatten eben erst überlegt, ja, wir covern einen ukrainischen, Folk-Song, aber das Problem ist halt, keiner von uns kann ukrainisch und wir wollen halt niemandem mit fürchterlicher Aussprache auf die Füße treten, da ist halt auch niemandem mitgeholfen und dadurch, dass natürlich unser Publikum auch hier sitzt, ihr da draußen, ihr sitzt hier, ihr versteht Deutsch, macht es wahrscheinlich dann auch am ehesten Sinn, einen Song auf Deutsch zu machen, wir hatten erst überlegt, was in möglichst vielen Sprachen zu machen, allerdings sind wir leider nicht so besonders vielen Sprachen so flüssig, dass wir, ja, in mehreren Sprachen einen Text hätten machen können, aber wir werden den Songtext natürlich auch mit englischer Übersetzung, aber auch, wir arbeiten gerade daran, ihn auch auf ukrainischer Übersetzung, also die Untertitel, auf YouTube einpflegen zu können, tatsächlich haben wir Kontakt zu eben Ukrainern, die geflüchtet sind, die jetzt hier in der Nähe wohnen und die uns bei der Übersetzung helfen werden, also damit auch das dann mit angezeigt werden kann. Natürlich auch ganz spannend, wie, ja, wie das die Verbindungen dann zustande kommen und, ja, dabei ist dann am Ende das rausgekommen, ein ganz neuer Song, der zwar immer noch von einem Volkslied an dem Ukrainischen inspiriert ist, aber eben, ja, wir werden euch mal das Original oder eine Originalfassung zeigen, dann könnt ihr das mal vergleichen, wie viel davon noch übrig geblieben ist, weil ihr habt es schon gehört, es ist eigentlich ein sehr fröhliches Lied. Kann einer zusammenfassen, worum es im eigentlichen Lied ging, oder geht? Ja, es geht um ein, ein, ein Problem zwischen zwei, ich unterstelle mal jugendlichen Personen, die sich verliebt haben und die an verschiedenen Tagen sich gegenseitig belügen, so um Erotik, Romantik. Wollen wir den noch kurz einspielen? Könnten wir eigentlich machen. Ja, dann können wir das Video aber nicht stehen lassen, ne? Ah, okay, stimmt, ja. Also wir können es halt mit schlechter Qualität streamen, also ganz normal einfach so. Ich glaube, es geht ja oben rechte und so. Ach so, du hättest sowas wie eine, oder außer du hättest sowas wie eine Spur 6. Sowas gibt es da auch noch. Wir könnten aber den Link in den Chat stellen. Genau. Das stimmt. Dann müsste einer derjenigen, der ihr Mod-Recht hat, das einmal rausfüllen und schauen. Micha hatte einen Link, Micha ist aber leider kein Mod. Das könnte aber einer von euch vielleicht einmal einstellen und dann könnte Micha das auch wussten. Ja, ich schicke den Link an jemanden und der schickt es dann an jemand anderen. Dann könntet ihr euch mal direkt nebeneinander anhören und dann mal überlegen, was denn überhaupt eigentlich noch übrig geblieben ist vom ursprünglichen Song. Huch! Hier ist die Technik voll im Leben nach Bayern, Streaming. Wissen wir genau, wie das geht, welchen Knopf wir wann drücken müssen. Genau, genau. Es geht automatisch los. Jetzt habe ich den Link schon geteilt und jetzt schicke ich ihn per Messenger an Hannes. Ist das klug? Kannst du machen. Ihr merkt Technik, die begeistert. Wir können das hier voll gut. Wir können auch einfach eine Telefonlawine machen. Das haben die drei Fragestechen immer gemacht. Das fand ich gut. Ja, jemand, der kennt dann Geiger und der spielt den Song dann für uns. Rob Ping ist bei mir an der Wohnungstelle nicht verwirrt. Ja, das ist kein Zufall. Wir haben da mal jemanden zu dir vorbeigeschickt. Mein Gott, bin gar nicht da. Ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen, wir haben es ganz am Anfang erwähnt, also ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen, aber wir arbeiten ja durchaus gerade noch an was anderem, was wir jetzt zugunsten dieses Projektes noch mal nach hinten geschoben haben. Nur, dass ihr da draußen schon mal ein bisschen Bescheid wisst, dass ihr weiterhin die Augen gerne bitte auf dem Musikkollektiv haben dürft, denn wir planen da noch Dinge, die sollen noch kommen, aber zugunsten von mehr Aufmerksamkeit für jetzt dieses doch recht kurzfristige Projekt. Ich habe das Gefühl, kurzfristige Projekte können wir irgendwie besser. Lass uns mal schnell was machen. Funktioniert das sehr gut. Ja, wobei ich glaube, wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, hätten auch noch mehr Leute vom Kollektiv mitgemacht. Das stimmt. Ich glaube, dass wir jetzt Anführungsstrichen nur mit sechs Bands dabei waren, was ja eigentlich auch schon gar nicht so wenig ist, aber ich glaube, sonst hätte man tatsächlich auch ein längeres Stück gemacht. Ich habe noch geschaut, dass, ja, mit T-Bands ist man dann halt plötzlich dann irgendwie bei wie vielen Musikern? Ruhige verprachen, haben wir eigentlich schon erzählt, wer denn überhaupt alles, was gespielt hat? Nein, haben wir noch nicht. Das könnten wir noch machen. Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Die da bei den Reddits auf Bandcamp. Ach, du hast das schon notiert. Ich habe, Hannes hat das notiert. Das ist in seinem unverkennbaren Tonfall. Dann kann Hannes das doch mal einfach vortragen. Erzähl uns doch mal, wer denn überhaupt was gemacht hat. Ähm, ähm, jetzt bin ich so unvorbereitet. Sonst musst du den dann Micha weitergeben. Der hat das immerhin schubsen müssen. Ich kann auch einfach das Logic-Projekt öffnen, den Bildschirm-Stream, und dann kann ich genau zeigen, wer was gespielt hat. Nee. Warum nicht? Sieht doch bestimmt interessant aus, so eine Umgebung. Ja, wenn das die Leute interessiert, dann kann ich mal hier so einen Einweg in die Produktion sein. Eben, warum nicht? Erschlag doch die Leute mal mit deinem Logic-Projekt. Genau. Da sieht man gleich, was so alles übrisch geblieben ist. Also wir sehen es jedenfalls. Okay. Jetzt kann man auch die Spuren solo abspielen, ne? Warum nicht? Ich finde ja vor allem toll so im Hintergrund also so dieses diese epigen Background-Opa-Vocals von der Verline, wie sie so durchschwebt. Oh weia. Super gut. Jetzt hätte ich mindestens eingeraucht, oder? Ich rauche ja nicht. Niemals. Egal was. Ich finde, die machen das gerade so zum Gänsehaut-Moment, finde ich. Ah, wirklich schon freigeben. Ja. Die haben so einen tragischen Effekt, der da wirklich notwendig war scheinbar. Wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein völlig anderes Genre im Kopf. Ist doch gerade gut, wenn wir was mixen können. Schön bunt, so ein Logic. Ja, ich habe auch ganz viel Farben benutzt, weil ich sonst vollkommen durcheinander komme. Also ihr müsst euch vorstellen, hier waren jetzt sonst noch, also da, wo jetzt, seht ihr meine Maus eigentlich? Ja. Du kannst noch ein bisschen größer machen, also nach unten hin breiter. Das ist praktisch schon so ein bisschen verbessert, also weil es waren vorher irgendwie so 20 Spuren mehr. Also das ist jetzt praktisch ganz am Schluss gewesen, wo ich alles rausradiert habe, was wir nicht mehr brauchten. Wir hatten natürlich viel mehr Akkordeon, wir hatten 27 Klaviere von Verline und das ist auch richtig geil, weil je mehr Material ich kriege, desto mehr kann ich ja machen. Also wir haben jetzt hier oben, glaube ich, erstmal, so, was haben wir denn hier? Mach uns mal an, da haben wir ein Hamburin von Handels. Ich glaube, wir hören im Moment, du musst nochmal, geh nochmal raus aus dem Bildschirm teilen, du musst den Sound mitteilen, was den harten nicht gesetzt. Geh raus aus dem Bildschirm teilen, habe ich das geschafft? Ja, jetzt musst du nochmal auf Bildschirm teilen klicken und dann musst du in dem Fenster unten den Haken setzen mit Computer-Audio mitteilen. Sonst sehen wir nämlich leider nur und hören nichts, das wäre ein bisschen schade, wobei ich hätte das vielleicht gar nicht verraten sollen, das hätte uns ein bisschen was können wir hören, ich weiß ja auch nicht was. Geheimnis, genau. So, und wie Sie hören, hören Sie nichts? Ah, hier, gut. Boah. So. Genau, hier haben wir oben alles, was gelb ist, ist Schlagzeug, weil das ist so auf jeden Fall physikalisch begründet, dass Schlagzeug immer gelb ist. Und hier haben wir zum Beispiel ein Cajon, das hat Hannes auf wunderschöne Art und Weise gespielt. Es ruft auch sehr schön, dann hat Hannes natürlich mehr geliefert, er hat hier auch noch zum Cajon einen Shaker zugepackt. Dann ist es schon wieder geiler und dann hat er noch Symbols. Was hast du da benutzt? Ist das so ein Becken vom Schlagzeug? Das ist oder hat oder hat was? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was du da steigst hast. Hattest du so ein großes Schlagzeugbecken oder hattest du da irgendwie irgendwas als Mikrofon gehalten? Das ist mein stinknormales Becken, was ich habe. Ah, okay, so ein typisches Schlagzeugbecken. Ach, was du da an Mikrofondständer dran hast immer. Stimmt, du hast neben der da wohl so einen Baum mit Kram, ne? Genau, ich habe so einen Ständerarmkraken mit Zimbel dran. Ja. Einen Armkraken. Ich habe auch einen Armkraken, guck mal. Da hat man keine Zimbel dran. Noch nicht. Noch nicht. Was ich is, kann noch werden. Dann hätten wir hier als nächstes ein Akkordeon von Felix. Das ist aber nur die Bässe. Und wenn man dann noch die Spielseite zumacht, klingt das so. Dann eine schimmelige Mandoline von mir. Schimmelig? Schimmelig. Genau, dann haben wir zwei Gitarren, die als erstes da waren, rein zufällig. Also ich fand ja vor allem die Resonator-Gitarre live immer sehr geil, auch auf dem Drachenfest und so. Ja, das stimmt, die klingt tatsächlich aber zu ähnlich wie die Resonator-Mandoline. Anjo-mäßig, wenn du sie anspielst, wenn du jetzt nicht gerade Akkorde spielst. Deswegen habe ich hier einfach zwei normale Yamaha-Gitarren von 1975 benutzt. Eine Rechtsanwendung. Für deine Namen Verwandtschaft. Deswegen habe ich zwei. Und ganz heimlich hat Celine hier schon Operngesang beigetragen. Ganz im Hintergrund. Ganz im Hintergrund. Ganz und perfekt, wie es sein muss. Äh, ich höre nichts, auch gut. Du hörst es nicht? Nein. Ich finde das schön. Das hat mich motiviert. Ich habe es nicht gar nicht gemerkt, ich habe es kaum an. Ja, das ist ja auch eher so für den Hintergrund. Naja, und dann haben wir dann hier diese epischen Gesänge mit mehreren Leuten gleichzeitig. Die sieht man hier und da ist Clara, Tobi, Ted und ich bei. Nein, Teddy heißt er natürlich. Also Ted ist schon auch nicht verkehrt. Bin mir ja nicht sicher. Also hier haben wir auf jeden Fall einmal Tobi, dann haben wir Teddy, dann haben wir mich und Clara und zusammen klingt das Ende. Warum nimmst du uns die Heimat? Warum alles warst du? Und das Ende, also das ist das Ende? Genau, hier ist das Ende, das ist viel epischer. Niemand nimmt uns je die Heimat, Heimat ist, wo man das Herz hat, niemand leugnet je sein Land, Freundschaft hält auch Krieg bestand. Genau, das war eigentlich die ganze Geschichte. Wir haben auch einen Bass gehabt von Martin und er hat den Bass eingespielt und sagt, nee, das ist so Volk, da passt der Bass nicht und obwohl er das eingespielt hat, hat er gesagt, nö, will ich doch nicht. Und eigentlich hat der Bass auch nicht so richtig gefehlt, aber ja, fand ich auch eine interessante Sache. Naja, und das ist unser Song. Ach so, und ganz wichtig, das ist ein Spier-Metal, das sollte eigentlich auch der Hintergrund sein, hat Tobi eine geniale, schwimmungsvolle Gitarre gespielt. Das klingt wenig, aber im Kontext ist das voll schön, wie man hier hört. jetzt kommt die Melodie aus dem Akkordeon von Felix und dann halt die schimmelige Mandoline halt. Was sagst du? Wieso ist die Mandoline schimmelig? Weil die wirklich schimmelig ist. Ich hab sie leider nicht hier, ich hab sie eigentlich zeigen müssen, die ist wirklich schimmelig. Die ist quasi, das ist aus Messing, aber es ist silbernes Messing. Und wenn so dieses gelbliche Messing anläuft, sieht das ja voll edel aus und so weiter. Das sieht richtig gut aus, aber wenn das quasi dieses eher, ja, es ist ja nicht chrom, aber dieses eher silberfarbene Messing anläuft, dann sieht das aus, als wenn du das Schimmel drauf hast, weil das dann ja trotzdem grünlich ist. Ich sag's ja nicht total gerne, aber ich guck die so an, als sie sagt, hey, ich bin die schimmelige Mandoline. Ich sag, okay, ich spiele. Ja, das geht. Michi, ich hab da eine super Idee für dich. Na? Mach doch, nimm doch einfach so ein irisches Dekomoos und kleb das da dran an den Schimmel. Dann fällt das gar nicht mehr so auf. Wahrscheinlich brauch ich nur so und sieh das so richtig edel, so richtig nach Piraten, aus dem Piratenschatz gezogen oder so. Ja, das stimmt. Also ich hätte gerne noch so ein bisschen Grautöne dran, so ist es ja noch so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, immer wenn du sie berührst, dann weißt du, sie kriegt dann so Flecken an der Stelle. Deswegen mach ich sie auch nie wieder sauber. Ja, wollt ihr noch mehr von diesem wunderbaren Projekt wissen? Ich glaub, hier ist gar nicht mehr so viel spannend. Genau. Wie maßt das man? Erzähl mir das mal. Wenn ich diese ganzen Klöppchen da sehe, dann werde ich ja schon bescheuer. Das ist ja fürchterlich. Das sind immer die gleichen. Das ist nur für jedes Instrument immer das Gleiche. Du musst eigentlich nur eine Reihe verstehen, dann verstehst du alle. Es ist noch einfacher, weil diese ganzen verschiedenen Kanäle habe ich ja hier immer in Bussen zusammengefasst und deswegen brauche ich eigentlich nur diese letzten hier zum Mischen und alles. Wo ist dein Bus? Überall. Eins, zwei, drei. Gut. Alle fangen mal an. Hoch auf uns und Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ja, und wie gesagt, Mastern macht man natürlich eigentlich nicht selber. Und wenn man das aber tatsächlich dann machen möchte für uns, dann habe ich mir das falsche Projekt geöffnet. Noch eine... Ganz kurz nochmal anreizen, was denn Mastern ist in einem Satz. In einem Satz. Das ist dafür da, damit das auf allen Geräten so klingt, dass man das gerne hören möchte. Und das hier ist der fertige Track und der hat dann praktisch noch überall ein bisschen, ein bisschen, wie man sieht, ein bisschen Bearbeitung bekommen, damit er ein bisschen runder klingt und angenehmer und auf keinen Lautsprechern kratzt und ähnliches. Und man möchte natürlich auch das richtige Ziel treffen, so, ne, dass es nicht zu laut und zu leise ist, ne. Und hier ist es ungefähr in CD-Qualität. Also Quatsch in CD-Lautstärke dann ausgespielt. Aber wie gesagt, das machen eigentlich Masterstudios. Wir haben das jetzt selber gemacht. Einfach auch, weil das ja nicht auf High-End-Anlagen auf CD laufen wird, sondern... Wer sagt das? Ja. Fangen wir auf an, wie ihr da draußen das Ganze dann, über Bandcamp zum Beispiel kauft. Und wo jetzt auch noch Bandcamp bekommt jetzt CD-Qualität. Stimmt. Also, wann machen wir es denn bei? Eine Million Streams, bringen wir das für jeder so aus? Wie sieht's auch? Wir haben ja noch so ein Projekt in Planung. Michi? Michi, wie viel, wie viel probieren und wie viel Erfahrung und, und, und Wissen ist da bereits bei dir vorhanden für Mastern? Probierst du noch viel oder machst du mittlerweile schon viel nach, ja, wenn ich das verändern will, dann muss ich in dieses Ding da reingehen, um das und das zu machen? Ja, wir hatten das schon ein paar Einheiten im Studio. Also, im Studio. Und, äh, deswegen weiß ich schon, was ich da tue. Aber ich hab halt keine analogen Geräte. Ich hab halt alles, äh, Anführungsstrichen nur digital, weil ein richtiges Masterstudio hat einfach nochmal so viel edleres Equipment, was dann natürlich noch so ein bisschen mehr rauskitzelt, als was ich in digital machen kann. Aber das sind dann Unterschiede, die werden wir bei YouTube, glaube ich, nicht hören. Ja. Wenn mich dann nicht Premiere ärgert und da irgendwelche komischen Dinge mit der Soundqualität macht, also das, ähm, ja, hat mich gestern noch ein bisschen, äh, geärgert. Ich wollte es halt nachfragen, wer hätte dieses wunderschöne Video eigentlich gemacht? Na. Ah, 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 ah. Das kam jetzt total spontan. Ich wollte es noch einbringen, aber jetzt hast du das so ein bisschen vorweggenommen, leider. Ihr habt das jetzt alles nicht gehört und, ähm, ich hab das nicht erzählt. Tobias, möchtest du noch was sagen? Sag mal, wer hat eigentlich nochmal dieses wunderschöne Video eigentlich gemacht? Weil das ist ja wirklich richtig schön stimmungsvoll und auch ein Punkt. also als ich jetzt das erste Mal gesehen habe, musste ich auch schon so ein bisschen, also da kam schon so ein Tränchen. Also es war schon schön, das Video. Wer hat das denn noch mal gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Stimm. Stimm mit dir. Ich sag das nur so, weil er in Reichweite ist. Wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich Angst. Ich fand es auch schön. Ja, nein, wir finden das alle wunderschön. Vielleicht sollte man zum Video einfach einmal wissen, dass, ähm, die Sonnenblume auch eines der Nationalsymbole der Ukraine ist und deswegen, ähm, dieses wundervolle Hintergrundvideo, es ist nur ein Stockvideo, aber es hat halt hervorragend gepasst und natürlich mit dem blauen Himmel und dem gelben Sonnenblumen und dann natürlich auch wieder die ukrainische Fahne ein bisschen mit, mit drin und jetzt noch eine große Videoproduktion anzuschubsen, der auf jeden Fall, das hätte, hätte nicht geklappt, zumal, ihr habt es ja schon gehört, wir sind so viele Leute, die mitgemacht haben, die hätten wir dann alle wieder irgendwie unter einen Hut kriegen müssen und dann hätte jeder wieder was filmen müssen und es ist nochmal wieder super aufwendiger, das dann alles zusammenzuschneiden, deswegen haben wir uns für ein Lyric-Video entschieden, also dass ihr einfach den Text mitlesen könnt, ihr könnt gerne mitsingen, das heißt, es ist quasi auch die Karaoke-Version zum Mitsingen und damit man dann zumindest auch in einem Video entsprechend auch die Spendenlinks einblenden kann und sagen kann, wo man den Song denn auch entsprechend bekommt, weil ganz ohne Video wäre ein bisschen schade. Aber ganz ohne Album-Kaffee auch. Das stimmt. Da könnt ihr nämlich noch was entdecken. Oh ja, oh ja. Ja, stimmt, wenn man genauer hinguckt, ja. Er guckt ganz, ganz unschuldig, denn unser, also diese wundervollen, vollen Dinge hier stammen nämlich auch alle von McDrock, der unser, unser Grafiker ist. Magst du ein bisschen erzählen, wie du dran gegangen bist? Ja, eigentlich so ähnlich, wie du jetzt die Gedanken geäußert hast, was das, also weil es die Symbolik angeht mit den Sonnenblumen und mit dem Himmel und mit den Farben der ukrainischen Flagge. Genauso bin ich immer rangegangen und habe mir überlegt, wie man das schön arrangieren kann und habe dir dann die erste, die erste Idee davon, beziehungsweise die eigentlich schon fast sehr ausgearbeitete Idee, weil ich wollte es so minimalistisch wie möglich halten, in den Discord geworfen und dann kam der Tobi an. Hey, Mensch Junge, wie wär's denn einfach, mach doch einfach mal Zahnräder aus den Sonnenblumen und ja. Und dann, dann habe ich erst so geschluckt und dachte, hm, ist erst mal ganz schön Arbeit, denke ich. Und dann hat er gesagt, ja, mach bloß ein Tor vielleicht oder so und dann habe ich letztendlich alle gemacht und die Arbeit war gar nicht so schlimm. Also, ist eine gute Zeitvertreibung. Aber wie wird das gemacht? Kannst du uns das zeigen eigentlich? äh, nicht direkt, nein. Nee. Das ist, äh, also wenn es, wenn es vorhin schon Probleme gab mit der Übertragung, ist das Industrie da anders. Ich wähle einfach mal das Bild ein, das kann ich einfach einsenden. Du kannst nur deine Geheimnisse nicht verraten, aber das sei dir unbenommen. Ja, man muss sich das, man kann jetzt alles in Zahnrad vormachen. Man kann sich das, man kann sich das ganz simpel vorstellen, man macht, äh, man zeichnet ein, 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 ähm, ein Zahnrad, man zeichnet eine Sonnenblume, das Zahnrad legt man über die Sonnenblume und dann sagt man dem Programm, maskieren und fertig ist der ganze Lack. Das kann man sich nicht genau vorstellen, wie das aussieht, wenn ich das versuche. Das, das, das klingt erst mal, ja, das klingt erst mal recht simpel, aber man muss es natürlich noch anordnen und, und hier und da, äh, noch kleine Feinheiten anpassen. Ah, du brauchst ein Computerprogramm dafür, ne? Ich hab das Ganze mit Illustrator gemacht, ja. Den Jadfus gerne auch nochmal wieder einblenden. Ich fand das so doof, weil das über uns allen liegt. Ja, aber du kannst es vielleicht einfach unten in eine Ecke schieben, dann sieht man es zumindest hier. Das ist aber sehr klein. Ja, aber, dann müsst ihr mal auf Bandcamp gucken, da könnt ihr es euch in voller Schönheit ansehen. Das stimmt. Schubs ist doch, was ist da runtergefallen? Das war laut. Apropos, der im Blick ist unmissalbar, Micha. Ja, genau. Ich hab gerade wieder an Micha, ich hab gerade wieder an Micha eine Frage, apropos Sonnenblumen und gelbe Farbe, warum ist das Schlagzeug gelb? Erzähl mir, hat es was mit Sonnenblumen zu tun? Willst du, soll ich dir die, die harte Wahrheit sagen? Bitte. Ja, die harte Wahrheit. Okay, die harte Wahrheit, äh, du hattest mal ein gelbes Schlagzeug. Nein, nein, das ist richtig gemein. Also, jeder hat so sein eigenes Timing, ne? Und diese Timing, gerade wenn man sich niemals live so ein Stück gespielt hat, sind halt sehr, sehr, äh, auseinandergehend. Und gelb und schwarz, so schwarz der Wellen ist halt der größtmögliche Kontrast, sodass ich, falls es mal, was vielleicht alle fünf, sechs Jahre passiert, dass ein Musiker nicht perfekt einen Ton gespielt hat, dann hätte ich die Möglichkeit, in diesem abgefahrenen Fall, eventuell, das auf das Schlagzeug zu schneiden. Aber nur, es passiert das nicht. Danke, Micha, ich habe es bereits in den ersten Wörtern erahnt, was du sagen willst. Er kann ja jetzt leider nicht, er kann ja jetzt, 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 ist kein Bass dabei, kann er keine Bassistenwitze machen, jetzt muss er, muss er ja, meine Schlagzeuge erzählen, ja, es ist klar. Nee, du hast das Gegenteil verstanden, Clara, das Schlagzeug kann ich gut erkennen, es bedeutet, dass sich ja alles andere auf das Schlagzeug schneidet. Ja, ja, ja. Ich habe noch Popcorn. Okay. Tja, und dann stellt euch vor, der Schlagzeug ist eben nicht ganz tight, so wie ich, und dann muss das alles nochmal irgendwie gefrutscht werden. Aber das ist ja schön, und wir hatten ja eine wunderschöne MIDI und Vorlage schon von Michi, das passt einfach. Ja, bevor das jemand im falschen Hals kriegt, das ist total normal, dass man irgendwas schneidet, also. Ja, klar. Falls jetzt jemand sich noch nicht mit Audioproduktion auseinandergesetzt hat, das ist, wir reden hier über Mikrosekunden. Auf die Audioproduktion, Dragon Kid Games hatte vorhin noch gefragt, warum das, naja, nicht warum, aber ob das stimmt, mehr oder weniger, dass jemand anders mastern sollte. Vielleicht magst du mal erzählen, warum eigentlich? Ja, das hat was mit Reflexion zu tun. Also wenn ich ein Stück gemischt habe, dann habe ich ja viele, viele Stunden damit verbracht, genau dieses Stück immer, immer wieder zu hören. Und irgendwann gefällt einem das automatisch. Man kriegt so eine Art Ohrwurm und ist dran gewöhnt, einen Song, und dann wird man, also dann hat man nicht mehr diesen Abstand. Und so ein Master-Ingenieur, der auf Mastern spezialisiert ist, der ist so relativ distanziert, das ist auch so eine Aufgabe, der sitzt dann da, unbewegt, hört sich das an, und sagt so, da fehlt noch was und da fehlt noch was. Oder er sagt, Alter, du hast voll scheiße gebaut. Und diese Reflexion, aber auch zu sagen, ja, das Stück fängt so auf mich, das ist halt das Professionelle, dass man jemand anderen hat, der halt das Stück für einen Master hat. Und deswegen würde ich jetzt, wenn man jetzt nicht solche Projekte macht, dass man quasi, also man macht, ein teurer Prozess so, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dass man wirklich auch nur für YouTube oder für ein Projekt das macht, dann würde ich immer dazu raten, dass jemand anderen Maßnahmen zu lassen. Und selbst nicht. Danke, Micha. Gerne. Jetzt kommt ja hier auch noch erschwerend hinzu, dass wir uns ja alle sowieso bei der Produktion gar nicht gesehen haben. Also ich glaube, außer Tobias und ich, die wir ein bisschen was zusammen machen konnten, haben alle eher für sich alleine gearbeitet. Und vielleicht sollten wir einmal ganz kurz zum Vorgehen. Also ihr habt es eben gehört, Micha hat uns einen Guide zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist, ja, wer mag erklären, was ein Guide ist? Da muss ich nicht reden, weil ich bin die Schlechteste, die das erklären kann. Das, was man wirklich unbedingt braucht, um da zuzuspielen. Guide ist quasi das, was wir gerade im Morgenmantel oder im Bademantel gesehen haben. Das ist quasi der Guide. Nur mit Metronomen, genau. hat der Micha dann einfach nur die Gitarre und den Gesang eingespielt und aufgenommen. Und ich weiß gar nicht, war da schon ein Schlagzeug dabei, ein Beat oder irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. Bei der ersten Version auf jeden Fall. Auf dem Guide? Ich glaube, es gab zwei Personen. Es gab, glaube ich, eine mit und eine ohne oder so. Genau. Und es gab eine schnellere und eine langsamere. Da ist dann einmal dann noch ein Beat drauf, damit jeder eben auch genau weiß, woran er sich halten muss. Und dieser Guide ist aber einfach nur da, damit man auch weiß, wo sitzt der Text, wie wird er gesungen, wie sind auch die Betonungen. Und dann kann man sich eben darauf einschließen, darauf anpassen, kann man selber darauf singen und hat natürlich auch die Töne durch die Gitarre im Hintergrund auf jeden Fall schon mal da. Und dann wird dieser Guide aber hinterher dann quasi nicht mehr, fließt dann nicht mehr ins Original rein, sondern es wird dann alles nochmal in schön aufgenommen. Also so ein Guide ist dann meistens auch mal ebenso eingespielt, also nicht so professionell, nicht so mit so viel Aufmerksamkeit eingespielt, wie man das dann hinterher macht, wenn man drüber singt und drüber spielt. Nicht bei Micha natürlich. Bei Micha war es natürlich sofort perfekt. Das stimmt natürlich. Also ich meine, ich hätte ein bisschen den Bademantel rausgehömmert. Das ist ja auch wichtige Entscheidung für Musiker, welche Farbe der Bademantel an welchem Tag hat. und gerade habt ihr vielleicht bemerkt, der Bademantel war blau. Das schlagt euch aber gelb. Mensch, so, ja, ja, grün. Dann macht das ja auch Sinn. Ja. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so mega viel dazu zu erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele Menschen hier mit uns dabei gewesen sind und uns zugeschaut haben. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann habt ihr jetzt noch die Chance, ein bisschen was in den Chat zu schreiben. Dann können euch die werten Herrschaften hier auch noch die Herrschaften und Damschaften hier auch noch antworten. Kann was zum Song sein, das kann was zur Musik allgemein sein. Oder zum Klappanzug, wie in diesem Fall. Ja, genau. Dazu oder auch zum Kollektiv insgesamt. Wenn ihr wissen wollt, wer wir sind, dann guckt doch einfach am besten auf die Kollektivkanäle. Dort sind die einzelnen Bands auch verlinkt. Aktuell anwesend. Hier ist einmal Aeronautica, Jazzness, Dackenflug und vielen in Strange. Mitgemacht haben, hat außerdem noch Tales of Nebelheim. Dementsprechend, die findet ihr auch alle verlinkt auf den Kanälen des Kollektivs. Ihr findet uns alle, alle, alle da und findet viele lustige Menschen, die viel Blödsinn gemeinsam machen. Und mit dem Song haben wir, glaube ich, gewählt, dass wir nicht nur Blödsinn machen können, sondern auch uns gerne mit, gerne würdest du uns auch mit ernsthaften Themen beschäftigen. Denn, ja, das ist einfach wichtig. Und ich denke, ich finde es immer ganz schwierig. Es ist, man hat es jetzt auch, finde ich, während Corona gemerkt, Kunst ist das Erste, was wegfällt. Kunst ist das Erste, was nicht mehr, nicht mehr stattfinden kann, was als, als, ja, wie kann man das sagen? Also es wird so ein bisschen als, das braucht man nicht so dringend, das kann man als erstes weglassen. Als Luxus, immer nur sich im Frieden leisten kann, ja. Ja, und aufgefasst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man, wenn man noch Kunst machen kann, das entsprechend auch tut und das in jeglicher Form, die man halt machen kann. Und ich finde auch, da ist es gar nicht so zwangsläufig notwendig, dass das immer alles die unfassbare Bedeutung haben muss. Auch wenn ihr zu Hause sitzt, ein Schal strickt, ist das Kunst. Ihr produziert was. Also, ich weiß gar nicht, das klingt jetzt alles so pathetisch, es tut mir voll leid, aber ich finde, das ist sehr, sehr wichtig einfach, dass man sich das vor Augen führt. Das hat ja auch was mit Wohlbefinden zu tun, selber Dinge zu tun oder eben auch Kunst genießen zu können, in egal welcher Form. Es muss ja nicht immer die Hochkultur sein. Es kann auch was Kleines sein. Einfach sich bewusst zu machen, dass das Kunst und Kultur eigentlich ja gerade die schönen Dinge des Lebens sind. Die es lebenswert machen, ja. Ja. Was ist falsch an Pathos? Ich meine Pathos, Leidenschaft. Das ist doch das, was wir brauchen, oder? Ja. Wer mit Leidenschaft für Musik brennt, nimmt nicht so schnell ein Gewehr in die Hand. Ich glaube, der erste Mix, den Michi gemacht hat, da hieß auch Pathos oder Pathetos oder irgendwie so. Ja. Ja, es ist ja ein sehr einfacher Song, wo sich jede Zeile auf jede Zeile reint und dadurch, dass es aber verschiedene singen wird, ist es sehr, sehr pathetisch und ich habe es angehört und dachte, hm, ist da jetzt irgendwie ein Zeigefinger drin? Gott sei Dank habe ich den nicht gefunden, fand ich dann. Aber es klang alles, also jeder, der es gesungen hat, hat es auf seine eigene Art und Weise gesungen. Ich habe ja die Einzelspuren ja auch gehört und da fand ich, oh, das ist ganz schön pathetisch und dann muss man überlegen, also, ist es okay? Aber meine eigene Gesangslärin hat gesagt, so, man kann in die Musik gar nicht genug Gefühl bringen, so, Musik ist größer als das Leben, so, ne? Und Kunst ist immer albern, sagte sie auch. Hm? Ja, Kollektivklammer. Kollektivklammer mit Herz. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich wieder sehr lange jetzt diesen Song als Ohrform haben werde, weil das ist der Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es sieht, an einfach gestrickten Liedern, die bleiben einem im Kopf festhängen, die fressen sich in die Gehirnwindungen rein und dann kriegt man das nicht wieder raus. Ich sehe im Chat keine Fragen mehr. Habt ihr noch Dinge, die ihr den Leuten mit auf den Weg geben wollt? Aber gerade die Einfachheit macht es vor allem in der Kunst eben dazu, so zu verleiten, dass man reflektieren kann. Mhm. Also, dass man so dieses Abschalten hat. Und dass man noch Projektionsfläche übrig lässt. Genau, dass einfach auf das Wichtigste beschränkt wird und dann gefließen die Gedanken wie von allein. und jetzt spenden, Leute. Ja, es geht viel spenden, wenn ihr könnt. Wenn ihr könnt, genau. Ihr könnt, ansonsten, teilt gerne den Song. Ich muss auch schon mal den YouTube-Link raus, während vielleicht Micha oder Tobias noch was sagen. Teilt Liebe. Ja, also ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir gleich zum Abschluss, glaube ich, noch einmal den Song abspielen werden, nachdem wir uns verabschiedet haben, dass ihr noch einmal reinhören könnt. Und danach würden wir abschalten. Vorher würden wir natürlich noch uns verabschieden, die letzten Worte sagen. Und diesen Link, glaube ich, der jetzt irgendwie rausgesucht wird, posten. Ich glaube, er ist schon rausgegangen im Chat. Ja, das ist der YouTube-Link. Genau. Und der führt zu dem Video. Genau. Ben scampt noch mal mit rein. Ben scampt noch mal mit rein. Ich glaube, den Song, wenn ihr könnt. Genau. Teilt weiter. Wartet uns auch gerne noch bis zum Bandcamp Friday. Also wir werden alles, was reinkommt, direkt weiterleiten an die Spendenaktionen. Schaut euch auch mal an. Darf ich dazu kurz was sagen? Vielen Dank, ihr Lieben. Ihr habt schon in wenigen Minuten ganz viel Geld bei uns bei Bandcamp gelassen, was wir direkt weiterreichen können. Also jetzt sind es sind es schon Sekunde 57 Euro, die wir damit eingenommen haben und dann sind es noch nicht mal zu Ende. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. vielen Dank. Da bleibt gar nicht viel anderes zu sagen. Micha, möchtest du noch ein paar Worte hinterher schieben? Nee, ich glaube, ich glaube, man sollte jetzt auch gar nicht so viel sagen, man sollte vielleicht das Projekt jetzt wirken lassen. Man sollte gucken, ob da irgendwas passiert ist. Und ich glaube, wir gehen jetzt zu den nächsten Projekten und tun alles dafür, was wir können, dass irgendwie das eine friedlichere Welt wird, in der Ergner-Form. Dann habt noch einen wunderschönen Abend da draußen. Genießt den Abend, wenn ihr könnt. Und ansonsten hört euch den Song noch an. Ich gucke einmal rüber zur Technik. Magst du den Song wieder einspielen? Ja, ich schalte den Song noch ein. Ich wünsche euch auch auf jeden Fall einen schönen Abend. Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Auch wenn wir jetzt doch so lange Pause zwischen dem letzten Stream und diesen hatten. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und das wird auch garantiert nicht der letzte Stream gewesen sein. Nicht, wenn man uns lässt und wenn wir Zeit finden. Eigentlich hatten wir gesagt, wir machen nur ja, ach, ein halbes Stündchen. Habe hervorragend geklappt. Upsi. Ja, wir halt sind wir halt hier. Bis dann. Tschüss. Ein Gedanke für Europa, Einheit, Wohlstand und was gut war. Voll Freundschaft und mit starkem Netz. Demokratie und Grundgesetz. Warum nimmst du uns die Heimat? Warum alles, was uns wohl tat? Warum bin ich so inhuman? Was haben wir und was hat er je getan? Was hat er je getan? Nach verstehen und das begreifen? Wie konnte dieser Plan nur reifen? Den werden wir noch niedersehen? Ich kann und will es nicht verstehen. Warum nimmst du uns die Heimat? Warum alles, was uns wo tat? Warum vergisst du den Umar? Was haben wir dir je getan? Wenn wir uns vor bis die Heimat in die Heimat vers bis 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 Musik Doch aussenlich kriegt es die Freiheit, auch euer Volk erfährt die Wahrheit. Wer es wagt, Völkerrecht zu brechen, an dem wird sich sein Volke rächen. Niemand bringt uns hier die Heimat, Heimat ist vom anderen Herz an. Niemand bleibt hier sein Land, Freundschaft hält auf dem Leben stand. Niemand nimmt uns hier die Heimat, Heimat ist vom anderen Herz hat. Niemand leugnet je sein Land, Freundschaft hält auf Kriegen stand. ... ... Vielen Dank.